Das ist mein Chat, das ist Blödsinn, guten Abend, hier, ähm, Späßchen, so, ich muss ganz schnell machen, es ist Sonntagabend, ich habe nicht viel Zeit, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, war die ganze Woche ein bisschen malade, aber geht mittlerweile wieder, ähm, dementsprechend hatte ich auch außerhalb des Streams und meiner normalen, normalen Arbeit, von morgens bis abends, die ich so mache, um meine Familie und mich zu ernähren, äh, nicht viel Zeit zum Aufnehmen, nichtsdestotrotz habe ich fast alles hinbekommen für die YouTube, äh, Uploads, aber nicht alles, ja, ähm, dementsprechend, also erstmal hier zum Streaming ganz kurz, ähm, passiert, ich hoffe, übrigens meine Tochter schläft noch nicht, ich hoffe, die lässt uns jetzt, äh, lässt mich jetzt in Ruhe zwei, drei Minuten labern, deswegen mache ich schnell, bevor die ruft und sagt, Mama, Mama, ich, äh, Papa, Papa, ich habe noch Hunger oder Durst oder ich kann nicht schlafen, ich habe Angst, wie auch immer, ihr kennt das, wenn ihr Kids habt, ähm, ganz kurz, ähm, wir spielen Montag, Dienstag Isaac, wie immer, ja, dieses Mal gibt es eine kleine Neuerung, ich habe den Nightbot verbannt, ja, in die Nacht entlassen sozusagen und, äh, habe mir den Ankbot angeschafft und mit dem Ankbot kann ich jetzt endlich einiges machen, das heißt, ähm, ihr bekommt erstmal, um das, äh, klarzustellen, ich weiß nicht, ob es ein Start-Amount gibt, aber viele haben auch schon, weil sie andere Streams geguckt haben bei mir, Punkte, ja, ich weiß gar nicht wie viel, ich glaube, wenn ihr die kompletten drei Stunden dabei bleibt, habt ihr 50 Punkte oder so und ihr könnt, äh, Song-Requests über, äh, ihr könnt mir diesen Punkten momentan nur eins machen und zwar Song-Requests, wenn euch das egal ist, dann kommt trotzdem und sammelt halt Punkte, später gibt es noch irgendwie, keine Ahnung, Giveaways, wenn mal irgendwas stattfindet oder es gibt, äh, es gibt Giveaways, weil es zuvor gibt, ich habe nicht vor, Giveaways zu machen, aber wenn es Giveaways gibt, dann kann man sich vielleicht mit den, kann man vielleicht auch die Punkte setzen oder so, ähm, um seine Chance zu erhöhen oder so, ich habe keine Ahnung, es gibt vielleicht Minispiele oder so, die man mit den Punkten im Chat machen kann, ähm, auf jeden Fall momentan kann man sie nur für Song-Requests einsetzen, ein Song-Request, habe ich momentan festgelegt, kostet 5 Punkte pro Song, den ihr rein, äh, wählt, das heißt, wenn ihr wirklich drei Stunden dabei seid, habt ihr nach dem Stream, ähm, 50 Punkte, das wären 10 Songs, die ihr machen könnt, macht durchschnittlich eh keiner, ja, ähm, als Sub, ja, ich will keinen animiert zum Subben, aber ich muss den Subs ja einen kleinen Anreiz geben, weiterhin bei mir Subs zu bleiben oder neuen Leuten auch trotzdem einen Anreiz geben, um Subs zu werden, ähm, kostet es nur drei Punkte, ganz einfach, ja, meinen kleinen Vorteil muss es ja haben, ähm, das ist der zweite Vorteil nach den drei Emotes, die man schon bekommt, beziehungsweise 1, 2 oder 3 Emotes und, ähm, da kostet es einfach weniger, ja, für den Song-Request, wenn ihr euren Song hören wollt, ähm, ihr werdet auch per Whisper dann angewispert, wenn der, wenn es den Song nicht gibt, ihr könnt das Ganze über einen Spotify-Link machen, wenn ihr Spotify habt, ihr müsst Spotify nicht selbst besitzen, ihr könnt da auch kostenfrei euch Spotify runterladen oder über den Browser reingehen, ihr braucht nur einen Spotify-Account, es reicht aber auch ein Free-Account, dann könnt ihr euch den Link kopieren und einfügen oder ihr macht einfach Ausrufezeichen, Song-Request, Leerzeichen und dann Titel und Bandname, äh, Titel des Songs und Bandname und dann geht das genauso, da braucht ihr gar keinen Spotify, ja, ähm, so, das dazu. Das wird es ab morgen bei Isaac geben, also das Ganze über Spotify, äh, das Ganze, der Chat wird jetzt auch durch Moobot, sag ich schon, durch, ähm, Ancbot, der heißt bei mir Gorbot, lustig, Gorbot 666 heißt der, wird der Channel ein bisschen anders moderiert, es wird nicht mehr so viel gespammt wie beim Nightbot, also meine ganzen Links und, und, äh, Sachen, die ich da immer reingespammt habe, die immer alle halbe Stunde den kompletten Chat voll gespammt haben, das passiert nicht mehr, der Ancbot macht das kontinuierlich, dementsprechend wie viele Messages im Ancbot, äh, vorhanden sind von euch, schmeißt ja da ab und zu mal was ein, da könnt ihr dann draufklicken oder mitmachen, wie ihr wollt, ähm, also er ist ein bisschen moderater und schöner moderiert, ja, der Chat, das ist ganz cool, das passt mir ein bisschen besser, ähm, als der Nightbot, der Nightbot ist Geschichte, ja, also Nightbot Ende, willkommen Ancbot. Ich werde das auch demnächst noch mit meinem Discord-Server verknüpfen, ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, dann kann man vom Prinzip die Song-Requests auch über Discord machen, man kann, ich glaube, ich lasse die aber im Chat, weil, ähm, diese automatischen Nachrichten, der Song von Moses Christus, ähm, Enter Sandman von Metallica wurde der Schlange hinzugefügt, oder der Cue heißt er, ähm, das wird es nicht mehr geben, das kriegt ihr nur noch per Whisper und auch nur noch, wenn der Song nicht angenommen wurde, dann kriegt ihr zum Beispiel, die Cue ist voll oder, ähm, der Song ist schon in der Cue oder der Song ist zu lang oder das ist gar, das Ganze ist nicht, äh, ist kein Musikstück oder was auch immer, ich hab den Song nicht gefunden, das kriegt ihr dann per Whisper, das brennt immer den ganzen Chat voll, das ist cool. So, das zu Isaac Song-Requests, Isaac machen wir ins Requiter, wir sind bei 1, ganz toll, ähm, am Montag ganz normal, 9 bis 24 Uhr, also 21 bis 24 Uhr am Dienstag spielt Kaiserslautern, allerdings schon 18.30, das heißt, das ist dann beendet um, äh, 18.30, 19.30, 20.15, da weiß ich nicht, ob ich es danach direkt schaffe, weil die Kids müssen ja noch ins Bett und so weiter, ob ich es schaffe um 21 Uhr, ich versuche es schnellstmöglich fertig zu werden und dann schätze ich mal, ich kriege das schon hin bis 21 Uhr, ne, schauen wir mal, ähm, das dazu, am Mittwoch ganz normal Final Fantasy, Hildi sind wir momentan 3.1. 3, glaube ich, vielleicht kriegen wir die Hildi-Quest sogar schon fertig am Mittwoch, das wäre phänomenal, ich glaube es aber, wir schaffen es nicht ganz, ne, ist ja immer recht viel zu lesen, äh, wir schaffen es nicht ganz. Am Donnerstag geht Dark Souls 1 weiter, Blind natürlich, wie sich versteht, ich bin da mittlerweile, glaube ich, schon recht weit, aber ich glaube, es kommt auch noch einiges und da ist halt Blind-Spiel, habe ich keine Ahnung, mir kommt es nur so vor, wenn ich schon recht weit bin, ähm, und Freitag, Samstag, Sonntag habe ich keine Termine, dementsprechend wird es da auch ein-, zweimal Dark Souls geben, wie immer spontan. Dieses Mal haben wir es Freitags gemacht, diese Woche, sogar 6 Stunden am Stück, da ich samstags keine Zeit hatte und unterwegs war und heute ist Sonntag, ich bin auch erst heute Mittag irgendwann heimgekommen, ähm, und da ist mir das auch zu stressig, jetzt heute Abend nochmal Dark Souls anzuschmeißen für 2 Stündchen oder so, das rentiert sich meistens nicht, dementsprechend, ähm, diese Woche nur einmal am Wochenende, also, aber jetzt, die kommende Woche, vom 18. bis 24., um die es hier geht, ein- oder zweimal, mal gucken, wie ich Bock habe, ne? So, dann gucken wir mal auf YouTube, wie ihr seht, hat sich auch nicht groß was geändert, außer, dass das letzte Dark Souls ein bisschen weit nach rechts gerutscht ist, in diese Richtung, ähm, das Einzige, was ich nicht geschafft habe, ist noch, äh, zwei Folgen Isaac aufzunehmen, um die Woche voll zu machen. Isaac ist halt so, das mache ich nicht im Stream, also die, die Anti-Birth spiele ich nicht im Stream und dementsprechend muss ich mir da zusätzlich Zeit rausschlagen. Das hat immer bisher ganz gut funktioniert, diese Woche war ich wirklich ein bisschen krank, hab, äh, war trotzdem arbeiten, hab trotzdem viermal gestreamt und dementsprechend hatte ich einfach keine. Am Wochenende war ich noch weg, ja, Samstagabend war ich weg, bin sonntags erst heimgekommen, hab ich ja gerade schon mal gesagt und dementsprechend hab ich's leider nicht geschafft, ähm, für Freitag und Sonntag eine Folge Isaac aufzunehmen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil das echt viele Leute gucken und da auch die Kommunikation mit den Leuten besteht und das das einzige Projekt ist, was ich außerhalb der Streams mache und das ist schon so eine kleine Herzenssache, das auch irgendwann durchzuspielen, beziehungsweise mit allen Charakteren alle Embleme da durchzuspielen, mehr will ich nicht machen, ähm, vielleicht schaff ich's heute Sonntag, vielleicht schaff ich's noch, ein, zwei Völkchen aufzunehmen, dann gibt's Freitag und Sonntag auch eine Folge, ansonsten ist da halt mal ein paar Tage Pause, ne, und nächste Woche werd ich's dann wieder schaffen, also am Wochenende hab ich wieder ein bisschen Zeit, da werd ich wieder ein bisschen Isaac spielen, allerdings, wenn ich's halt heute nicht mehr schaffe, Montag bis Donnerstag ist halt immer Streamen und Arbeiten angesagt, da wird's eng, ja, da ist nicht, und Isaac ist ja nicht so 20 Minuten Folge, Start, Stopp, Ende, Reinknall und fertig, sondern, ja, ihr wisst's, ne, gut, das war's von meiner Seite, ich bin raus, ich freu mich auf euch, tschüss. Bis bald. Bis bald. Cheers. vensо eh Bis zum nächsten Mal.